Yours truly. Guess I'm not supposed to be here. Not that anyone else is. So they got any dirt on me. D-d-d-d. Was haben wir denn mit Float? Wäre es natürlich cool. Oder. Was haben wir da? Hmm. Ich würde mal sagen, mit Float möchte ich es kombinieren. Oder beziehungsweise es mal versuchen. Zack. Da bin ich mal gespannt, wie gut das nämlich dann funktioniert. Genau. Crouch, Crouch, Lieferstuhl. Das machen wir weiterhin als Passiv. Weil das finde ich Passiv ganz gut. Gut. Dann... Ich will mal nicht wieder auf Perch zurückgreifen. Ich will mal auch was ganz Neues ausprobieren. Vielleicht mal mit Spark. Hä? Hallo? Ach, die Taste ist rum. Spark mit Ping. Spark mit Kahl vielleicht? Oder... Irgendwie finde ich diese Upgrades... Die Texte stehen immer dieselben. Nee, das... Da muss ich selbst herausfinden. So, Spark. Und Spark versuchen wir mal... Anzahl der Sprünge. Einsprung nur. Und was ist hiermit? Max-Schaden 110, Explosionsradius. Mehr Schaden auf jeden Fall. Und hiermit... Zellenverhinderung. So, mit Ping würden wir... Die Kosten reduzieren... Und die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Dann... Was haben wir hier? Der würde dann noch zusätzlich Schaden verursachen. Und das Ziel wäre halt verlangsamt. Oh, Moment. Ich habe eine Idee. Und zwar... Der ist jetzt mit Float ja kombiniert. Den... Den installieren wir jetzt mal kurz. Und den machen wir mal weg. Und setzen den dorthin. Und den dorthin. Da muss ich mich nur an die neuen Tasten dann gewöhnen. Aber... Hier setzen wir nämlich mal den Float drauf. Aber auch den Ping. Der nämlich dann die Kosten etwas reduziert. Und den Purge setzen wir hier mit drauf noch. Und dann würde ich mal... Den Hund noch rufen. Und kann der uns... Der hätte dann 200% Verbündetenleben und... Die Heilung bei Verwendung. Das klingt doch nach Spaß. So... Probieren wir das mal aus. Jetzt nochmal kurz benutzen, damit er speichert. So, einmal kurz... Ja, jetzt haben wir das nämlich. Zack. Der Purge ist dort jetzt. Hahaha. Dann haben wir das noch. Und... Hundi. Oh, ein größeres Hundi als vorher, glaube ich. So. Ja, das... Bin ich mal... Ja, aber welche Richtung ist jetzt die Frage? Hi, Royce. If you can hear me. Oh, ungewöhnliche Struktur. Ich weiß nicht. Also ein bisschen wirkt es gerade so, als wäre Royce der letzte Endboss und wir würden hier jetzt ins Grande Final reinrennen, aber ist dem tatsächlich so? Welcome. 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 Well. Come in. Come on. Inside my studio. I'm quite unarmed, as you can see. And it's safe in here relatively. Safe. At least for now. Here's the thing. Now, if the transistor doesn't go back in its cradle, then why? You and I both, well, we just won't be anything anymore in a little while. You, me, and the rest of this town. So, please, don't let my work go to waste. I'm being reasonable. Ich vertrouw ihm eigentlich nicht, okay? Now, full disclosure. Full disclosure here, which is, I am one positive. 100% that this will work, which is, transistor plus cradle equals no more process. No funny business, okay? We'll just take it one thing at a time. One topic at a time. Ich habe das Gefühl, ihr verarscht da, uns. Look, if this was, if this was all just some kind of ruse on my part, I mean, how base, why would I lead you all this way? This is it then. Oh, man. What have we got to lose? Naja, vielleicht alles. It's why we're here. Und ich würde gern ein paar Antworten endlich mal langsam kriegen. I love you. You know that, right? It's time. Bye for now. But I will see you again. I will see you again. Was zum Henker ist hier los? Ich verstehe gar nichts. I know you can hear me. I won't let you go. Stay with me. Stay with me. Weil alles so mysteriös ist, ist alles gleichzeitig auch so geil. Let's see. The good news. Well, the process. I think we got it. contained it. So, the town is going to be alright. It's just, well, someone's going to have to rebuild. But we flew a little close to the flame there, so, now, we're here. Not there. We're stuck. And, unfortunately, the only way back that I'm aware of is, well, unpleasant. so. Bereiten Sie sich was? Oh, ich soll mich wahrscheinlich vorbereiten. Okay. Hö, hö, das ist ein Kampf, eindeutig. Eindeutig ein Kampf, ein Kampf, ein Kampf, ein Kampf, ein Kampf. Äh, äh, pop, 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 pop. Äh, halt. So, dann, das. Dann hatten wir, Spark, glaube ich, hier, mit, Perch. Ja, ja, das gehen wir hin, das gehen wir hin. Dann, Hundi, mit, äh, dem hier. Dann, 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 was hatte ich denn, das hatte ich noch. Jetzt hatte ich ursprünglich da dieses Realitätsding drin, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass das nicht wirklich Sinn macht. Der Schaden höher. Ich würde mal, zur Sicherheit, ich würde es mal so rum versuchen. Du, du, du. Wer wird zuerst gehen? Wie geht es mir? Lass uns sehen. Okay, okay, das Ding ist ne strategische Geschichte. Okay, so. Mein Lieber, wir crashen dich, wir sparken dich, wir breachen dich, dann sparken wir dich nochmal und crashen dich. nee, äh, nee. Breachen, sparken, crashen. So, wir wollen gerade Hundi rufen, zu vernetzt werden. Okay, nur ein Transistor kann zurück. zurück. So. Äh, ah, wir können den hier drüber einsetzen, sehr schön. Ha, cool. cool. So, was haben wir hier? Spark, dann breachen wir, dann haben wir das noch raus, breachen wir noch einmal. So. Reuss hat ne zweite Chance. Didn't care for that. Au, 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 au. So, erstmal unser Hund. Der barkt ihn an und daneben wir. Nee, das ist zu wenig. Zu wenig! Äh, dann muss ich noch ein bisschen näher hören. Dann kann ich nochmal crashen und nochmal sparken und nochmal breachen. ein bisschen. You know, I truly thought, how could the Transistor be anything other than one of a kind? But I've been wrong about a lot of things here. I admit, all part of the job of having theories, being right sometimes and also being wrong. A lot. So, dann Breach, Spark, Crash, geht nicht. Jetzt geht Crash und unser Hündchen kommt angerannt und barkt noch zweimal. Okay, er hat noch eine zweite Chance. Die Sau. Au, 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 au. So. Erstmal Hundi. Bark, bark, bark. Daneben wir. Mit Breach. Crash ist nicht gut. Moment, dann vielleicht erst das und das und das. Jawohl, so rum geht es sehr gut. Und ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Oh, 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 verdammt, verdammt, da holt er sich uns. Da will er es wissen, aber mit unserem Hundi. Oh, ah, Mist. Oh, 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 oh. Überlastung, Hilfe verloren. Ja. Oh, die Sau. Die Sau. Oh, 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 oh. Jetzt holen wir ihn zu uns aber. Wie Breach aus habe ich heute. So. Jetzt lassen wir ihn sogar noch schön an uns vorbeilaufen, weil dann können wir nämlich schön von hinten ihn wegmäuchen. Oh, 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 oh.